Gotta say goodbye Yo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und zwar zu meinen Full Champions, wo weiß ich nicht, was eigentlich aufnimmt, um auf 10 Minuten zu kommen deswegen lasst ihr sehr gerne ein Like da, lasst ein Abo da Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, haut rein und bis zum nächsten Mal und ciao Viel Spaß mit dem Video Das gibt eine Anzeige So, heute mal kein Stirnband, vielleicht bringt das heute ein bisschen Glück Vielleicht gleich für die Packs, dass wir wieder ein paar gute Pack-Experimente oder ehrlich gesagt verschiedene Beispiele raussuchen, mit denen wir vielleicht mit irgendwelchen Gegenständen wieder Packlack haben, wer weiß Ich sage mir, laber schon wieder so viel, rein in Division Ich weiß nicht, ob ich Rang 2 gekommen bin oder Rang 3, ich hatte 1000 Punkte vor Ich glaube, ich bin sogar in Rang 3 abgestiegen Ich bin Rang 2 geblieben Mit 1000 Punkte Abstand über Nacht, das reicht? Ich hab mal Packs hin, oder? Oh, komm, let's go Ich weiß, diese Packs sind scheiße, ich hab's letzte Woche schon gesagt Chat, macht diese Packs nicht, nehmt immer die Coins für die sichere Seite, aber für euch mach ich das gerne Erstmal 7 Packs jetzt sagen, wir machen direkt die Player Packs Haben dann erstmal 10 Packs, die wir runterknallen können, würde ich sagen, oder? Wir gehen direkt Ryan in die Player Packs, oder was meint ihr Jungs? Ich bin Hype, wir gehen noch einmal rein und rausschauen uns kurz die Spiele an Boah, Team ist schon krass, Team ist schon Boah, ich bin mir eigentlich schon echt, boah, ich bin mit so viel eigentlich schon zufrieden Klar, ich kann auch gar keinen dabei haben Erstmal die Packs, wie gesagt, tut mir einen Gefallen, nehmt niemals die Packs, äh, die Packs, ich wollte schon sagen, die Picks BABBEL Ähm, nehmt niemals die Picks bei Division, äh, sie sind geistig behindert Menschlich gesinnt, ziemlich abstoßen Wollen wir reingehen, oder was? Na komm, wir holen uns jetzt Messi, wir gehen rein, Gold 3 haben wir erreicht So, was soll ich euch großartig sagen, ähm, es war die schlimmste Weekend, die ich je gezockt habe Muss ich ehrlich zu euch sagen, ich weiß nicht, wie das mit FIFA weitergeht, ob ich das überhaupt nochmal anfasse aktuell Ob ich vielleicht auch diese Weekend die Pause mache Ich weiß es nicht, es war wirklich nur noch schlimm, ich hätte fast, überlegt euch das, ich hätte fast nicht mal Gold 3 erreicht Das ist so traurig Ich weiß nicht, entweder bin ich komplett scheiße oder das Gameplay, aber es liegt glaube ich wirklich am Gameplay oder allgemein Die Premier League war schon schlimm, ich dachte, schlimmer geht es nicht, diese Weekend hat wirklich alles getoppt Ich habe allein auch, ähm, ich weiß nicht, Controller wurden auch geschmissen, habe ich zuletzt vor einem Jahr gemacht oder so Also da fehlen mir wirklich die Worte, wie gesagt, wir kriegen 2,35 Carpacks, 50 Carpacks, 30.000 Coins Und die beiden Player Picks, ich bin hype, ich hoffe ihr auch, ähm, und lasst mich belohnen für diese schlimme Weekend Ich glaube das nicht, wie krass das war, ich will gar nicht viel sagen Der Messi muss jetzt kommen, man, mehr sagen ich weiß nicht Schreib es rein Oh mein Gott Parejo Parejo, ja, Parejo ist okay, ja Parejo nehme ich mit Kommen wir nach Oh, let's go Stark Stark Ja, muss ich sagen, aber CC spricht mich auch an Hey nice, guter Pick Sehr, sehr guter Pick Sehr, sehr guter Pick Wir machen jetzt noch Kooperation mit ActiMail, wir machen jetzt ein ActiMail Pack ActiMail Pack gibt Messi Ich sag's euch Okay Jetzt kommt er, 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 jetzt kommt er Oh Ja, okay Okay, okay, okay Ich weiß, wir sind jetzt nicht schlecht oder hier ein Whisker für SBCs Es ist aber kein LaLiga-Totz dabei Schade Kein Messi Da muss er jetzt in den Ruhr rauskommen Aber ist okay, ist okay Dann können wir auf jeden Fall Vizca, Vizca, ja, okay, wir nehmen Vizca Hey, was soll ich euch sagen 2,93er Vollkommen okay Wir haben einen aus der LaLiga dabei, Parejo ist jetzt nicht der krassere Obwohl Gerade ist gar nicht so schlecht Vielleicht Sollen wir zocken, wer weiß Okay, ich bin trotzdem zufrieden Ich mein, klar, man träumt immer von einem Messi Aber wenn wir selber wissen, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich sehr, sehr gering Aber ich meine, dann ziehen wir halt jetzt ein Totz Und aus einem normalen Pack ist das eh krasser Deswegen ziehen wir jetzt einfach ein Messi aus dem Pack Und dann ist alles gut Irgendwie rein ins erste Pack Ich bin fast Gold 1 Cool, der hat mir ein bisschen schlecht Egal 2, zweimal die 2 Doppel 2 Und ich nehme jetzt auch die 2 Come on Oh, Kreuz Echt 1 für den Guard, okay Let's go Oh, Kreuz Oh, Kreuzi Das sieht gar nicht gut aus Ey, ich hasse diese Packs Oh, ich schreib nur eins, komm, muss ich jetzt eins nehmen Der wirds, 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 der wird der Messi, der wird der Messi Oh, England Torwart Pickboard Torwart Pickboard Schwarze Karten Nice Ich hab' diesen Rewards mal was Gutes gezogen, jetzt mal ehrlich Aus den Regelling-Words oder aus der Vision 1 als Skippack Okay, komm 45er Skippack, da wird der Tots drum sein Komm, aber machen wir Ey, das wert jetzt, das wert Können wir, wir skippen bis ganz nach hinten durch Warte So Wir machen das durch Gehen wir von Spieler zu Spieler So Aber wir waren schon durch, oder? Warst ein 80er? Ja, okay Ja, okay, ich hab' gesagt Machen Einen Tablet Pack Tablet Pack So Man muss ja wieder Man muss kreativ sein Komm, komm Bitte keine Leinwand Komm, wir drehen uns weg Das ist er, das ist er Ich will Ey Versuchen's mit dem normalen Nosepack Wie immer, das gute alte Nosepack So Sagen wir, schauen extra weg, damit ich das Walkout-Feeling habe Come on Marionne kann man sich nicht holen, das stimmt Ja, Marionne ist halt so Ja, ich hab' schon zu viele Karten von den Abgegeben, hast recht Oh Ich glaub' ich werd's bereuen Ich glaub' ich werd's bereuen La Liga Tots Garantie Ich hoff' da kommt was krankes Wir haben nur schlechtes Pack-Luck gehabt Ey, ich hoff', ich würd' mich so krass freuen Wir haben heute so schlechtes Pack-Luck gehabt Bitte, bitte, einfach kein Spanien Okay, come on Jungs Wir haben noch die letzte Chance auf Messi In den Rewards war er nicht Komischerweise Ich weiß nicht, warum man Nicht als Score-3-Spieler kein Messi bekommt Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen Deswegen kommt er einfach jetzt in den Packs Also Jungs, schreibt eure Prediction rein Filze hier, ey, Filze Hier, hier Ey, ich muss euch ganz ehrlich sagen Was ist ein Upgrade-Packs? Ich hab' nur Scheiße jetzt Okay, ich hab' was gesehen 82 Plus, die waren damals mit Hab' ich Roberts, meinen Kollegen gezogen Und Adam, hab' vielleicht auch ein Video gesehen Mein Pack-Luck mit Ich hab' es ja kein Spanien Ja ist okay, ist okay, ist okay Ja, ja, ja ... Ist Test-Tegen, aber ich sag' euch ganz ehrlich Der ist eh bei mir im Tor Das heißt ich kann den Upgrade und die 92 Euro Champions-Karten in den SBCs abgeben. Ist okay, ist okay. Klar, man erwartet sich vielleicht ein bisschen mehr, aber es kann mich auf eindeutig noch schlechter treffen, denke ich. Kranke Karte auf jeden Fall. Was meint ihr, Chat? Ist okay. Ist gut, ist das Upgrade? Auf jeden Fall. Zack, und stell uns jetzt den Tots rein. Ja, ist eigentlich... Ich kann mich eigentlich gar nicht so beschweren, oder? Ja. Also, eigentlich geht's. So, come on, nächstes Pack. Ja, let's go, let's go, man. Ja, man. Let's go. Jungs, ich hab's euch gesagt. Ich hab's euch gesagt. Wir ziehen euch. Wir ziehen euch, das ist groß. Das ist groß. Come on, ich kann nicht laut sein. Aber es ist geil, es ist richtig geil. Come on, let's go. Endlich, endlich. Und es ist kein Test-Tegen. Hätten wir jetzt doppelt ein Test-Tegen. Ja. Oh mein Gott. Es ist kein Stuhlumrohr, aber es ist... Einmal gegen den Stuhl kraschen, das reicht jetzt dafür. Neues Ritual für Spieler, die nicht ganz so krank sind, aber trotzdem gut. Let's go. Leute, zehn Tots. Ist mir scheißegal. Double Tots dahinter. Come on. Double Tots. Ich bin drin. Ja. Das ist Double Tots hintereinander, oder was? Komm, skip back. Ich bereue ich, wenn der jetzt einen Tots für das ist. Genau, die orange und herzlichen in den Chat schreiben. Für den zweiten Tots. Oh. 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 Ich bin drin. Jungs. Double Tots. Double Tots. Ich weiß, der Typ ist scheiße, aber egal. Double Tots. Ey, jetzt will ich die Rache schon im Herzen sehen. Ich bin drin.